Und dafür erst mal vor 150 Teile ungefähr für 15 Euro, jetzt 250 oder mehr Teile für 20 Euro, ist okay. Preislich ein bisschen besser geworden, ist natürlich immer noch teuer, aber es ist ein bisschen besser geworden. Vor allem die ein bisschen teurer Sets sind besser geworden. Ey, man kriegt das Set mittlerweile für 15 Euro. Also damit ist es auf jeden Fall besser, als wenn man zwischen 2DS maximal für 11 im Rabatt bekommt. Naja, hier vorne sieht man schon den Viarelli-Pferd. Der Viarelli-Pferd ist ja nicht einfach ein genäherer Rennfarber. Ja, hier sieht man die normalen 1.1-Darstellung. Besonders von hinten sieht man ihn. Hier ist das Original-Modell, also das Original-Auto. Ja, es kommt okay dran. Da ist ja auch custom-wertig, es kommt auch ganz gut mit klar. Und man kann es einfach mal besser nachbauen aus dem ECO. Ähm, dann ersatzteilmäßig. Ja, ein bisschen Kleinkram ist dabei, aber mir interessiert es. Ähm, wollen wir gleich auf Seite. Dann sind natürlich nochmal Ersatzfelgen dabei. Hier, 4 Stück. Auch nicht interessant. Ähm, dann natürlich wieder die Zange. Gar keine Frage, ist dabei. Äh, na nicht, komme ich nicht vorbei. Stickerbogen, ich meins sind... Hm, mal gucken, kommen die 20. Okay, 19. So, keine Doppel. 19 Sticker. Ist glaube ich noch der mit den geringsten Stickern in der neuen Reihe. Dann Anleitungstechnik, jo. So ist dann Legoanleitung. Teilliste hinten. Hier, gedruckt. Genau, schon so als Teaser. Wenn zwei Drücke, aber... Dann nochmal ein bisschen Werbung für den Fuzzer DC und die Lego Life. Na ja, gucken wir mal kurz. Ähm, wir haben ihn gebaut auf 71 Seiten. In zwei Bauabschlitten. Deswegen kann man die Schrittanzahl nicht ganz sagen. Und die geht durch, ne? Dann baut man ihn in 62 Schritten. Kein Problem, diese Anleitung. Also reibungslos. Einfach sind Bau, Fluss, Hemd, das sind halt die Aufkleber. Aber... Es gibt halt nichts Wichtiges für Lego. Aber ich denke für 20 Euro können wir das Ding noch produzieren mit Prints. Einmal ja. Die Kamera nur Schärfstellen, danke. Äh, hier haben wir den... Fahrer. Ne, weiter. Wenn man so will. Na ja, das trifft ihn nicht 100%. Joa, schlichter Druck auf den Oberkörper. War es halt noch so in der Zeit. Hinten, Bein sei ja nicht bedruckt. Helm. So ein normales Lächelgesicht. Und noch ein... ...也-ja, Gesicht. Also, da ist auf jeden Fall nicht der Router. Und dann... Sohh... Noch einmal mit Haaren. Gut. Ich lasse aber den Helm auf. Wir liefern uns fahren mit Helm. Immer Evotu Using先生. Wuhh, klar! Damit hier ist der Setziangeén. Du-duu! Sch Sebastian. Hauptsache,in. Meine Kamera denkt sich heute, ich muss auch nur mal einfach schief sein, obwohl es eigentlich gar ist. Die Aufleuchtung ist aber hier My King bei mir heute. Wir haben ihn. Ist ja neuerdings acht breit, nicht mehr sechs breit. Ah, kommen wir erstmal zum Grundsmeich, zwischen dem neuen Reihe und dem alten. So, hier wird das jetzt schon einer der sehr langen alten. Wir können dagegen ja mal so einen F40 nehmen, wenn wir jetzt vielleicht ein bisschen groß geraten. So, ist ja so ein ungefähres Maß. Ähm, er ist ein gutes Stück nach vorn gewachsen. In der Höhe ist er natürlich auch ein bisschen gewachsen, kann man vielleicht so besser sehen. Höher sei gewachsen. Und in der Barte ist er natürlich ungefähr um diese zwei Stats gewachsen. Das merkt auch nicht so viel. Ähm, und man gefühlt hat man hier wirklich mehr an der Hand für den Preis, den man bezahlt. Also, der Preis sei es natürlich besser als reisen. Erst habe ich gedacht, uff, 20 Euro, ob das wert ist. Das hat es in der Hand, du merkst wirklich, das ist natürlich mal wieder massiver Plotz. Der ist einfach aufeinandergeschichtig placken. Ja, man kriegt ja auch so besser. Ähm, neue Teile in dem Set sind hier, die jetzt breitere natürlich, Äh, Aufhängung für die Reifen. Und man hat jetzt darin die Achsaufnahme und nicht mehr, wie bei alten, die Pin-Aufnahme. Und jetzt hat der Reifen halt die Pin-Aufnahme und nicht mehr die Achsaufnahme. Gefühlt drehen die Reifen sich dadurch ein bisschen flüssiger, aber ob das das die von Lego war, weiß nicht. Also, wir drehen besser als vorher, die drehen Reifenfluss. Jetzt habe ich ein bisschen Angst. So. Und hier unten drin ist das neue, breite Chassemalle. Hier waren ja vorher die Kleinen drin. Jetzt sind hier größere dritten. Aber hier wurden sie noch unterbaut. Und hier so eine Feithürste drin. Und auch nochmal, die an der Seite wurden da reingebaut. Und die Reifen auch. Ja, aber kommen wir erstmal zum, also kommen wir jetzt nochmal zum generellen Design von dem Auto. Ähm, hier vorne, man kann die natürlich einfach abnehmen, dass man quasi das Auto mit Scheinwerferfrustung und ohne. Ich finde es jetzt noch ein bisschen schöner, aber ich nehme es jetzt mal zum Zeigen ein bisschen ab. Dann kann ich es wieder zeigen. Natürlich, dieses Audi-Logo ist ein Sticker. Wir wollen irgendwann anfangen zu träumen. Ich finde hier vorne mit den Slopes da schön getroffen. Wie jetzt die Front. Also ich finde, die ist gelungen. Für den Scale ist die gelungen. Aber so ein Auto hier in Creator Expert, das ist ja der Hammer. Ähm, ja, hier oben, die Motorhaube ist ein Print. Oh Gott, das sind ja Sticker, 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 Sticker. Das ist aber ein Print. Das gefällt mir. Ähm. Nehmen wir mal zurück die Seiten hier. Schön getroffen. Auch wenn es mir hier ein bisschen zu wenig, ähm, Kurven, oder nicht Kurven, Ausbuchtungen sind. Auf der Seite auch. Ähm, ja. Hier haben wir wieder Sticker, 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 Sticker. Sticker, 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 gar keine Frage. Aber das hier, das auf dem Wedge Plate ist gedruckt. Warum man das gedruckt hat, nicht hier die Fliese, weiß ich nicht. Also hier, das wäre ja auch cool gewesen, das Druck. Das ist ein Druck. Keine Beschwerde, ist ein Druck, da muss man sich freuen. Ähm, ja, hier hinten auch wieder schön getroffen, wie das zusammenläuft, das Heck. Dann der Spoiler, schön buchtig, so wie es sein muss. Keine Frage. Dann hier hinten, Heck. Ja, finde ich nicht so hammer, aber hier seid ihr schon getroffen, mit den, äh, Luftauslässen hier hinten auch. Leider nur schon Sticker, ist nicht gebaut. Aber hier vorne finde ich ein bisschen die Baureichensumkehrungen ganz schön gemacht. Ähm, dass die Lichter halt nicht ganz ein Brick breit sind, sondern nur zwei Plates. Finde ich eine schöne Lösung, das ist natürlich wieder ein Sticker. Aber der geht wenigstens über die gesamte Fläche, dass man die schön platzieren kann. Und ich hoffe muss, dass man es irgendwie trifft. Das ist ganz gut. Und ja, die Farbe trifft es okay. Das weiß, also es trifft es okay. Das können wir wieder montieren, so. Äh, ja, kommen wir noch zum Interieur. Der ist natürlich nicht viel, aber hier die, ähm, das Dach kann man immer ganz einfach abnehmen. Das ist hier nur auf zwei Stats, oder sieht man sie gar nicht da auf zwei Stats gesichert. Das kann man sehr leicht abnehmen. Innen drin, es ist so gerade Platz für zwei Figuren. Äh, naja, man hat hier schon ein bisschen Rückennähen ausgearbeitet. Da, sieht ihr das? Äh, sieht man das? Kann man dem Licht da nicht rein. Können aber vielleicht mal Tricks 17 anwenden. Nö, kann man nicht. Warte, ich den Blitz der Kamera nicht aktivieren kann. Jetzt steht es aber bitte für den Innenraum scharf. Da, da, was da leuchtet, ist so, boah, wie immer das ist. Aber, guck mal, da so ein Stift draus, dann sieht es schon wieder wie so Fly-Off-Tandbremse. Und wie es sein muss, in so einem Rally-Car. Dann hier diese Antennen-Linger, ich habe keine Ahnung, was der Name dafür ist. Die Linger. Ich wollte ihn gar nicht rausrufen. So, der Schalter wird da schön gelungen. Hier ist das Lenkrad. Es sitzt natürlich nicht mittig vor dem Fahrer. Ein bisschen versetzt nach rechts. Das Problem, der Innenraum ist fünf breit. Kann man halt nicht anders lösen. Ähm, ja. Ist sehr spärlich, auskostet immer. Aber setzen wir nochmal den Fahrer rein. Nur da muss man beachten, man kann die linken Arm, äh, den, ja, den linken Arm nicht hoch machen. Denn, da sitzt das Fenster lang im Weg. Naja, quetschen wir ihn aber jetzt mal rein. Das ist auch nicht so einfach bei den anderen. Man muss ihn, die linke Hand kann man jetzt so gerade ans Lenkrad packen. Dann darf, muss er aber auch am Boden, den Burgendruck sein. Weil sonst haben wir das Problem, wenn wir jetzt drauf sitzen, dass der Kopf so hoch sitzt. Jetzt gerade sitzt er genau drunter. Also, der ist kein Platz. Der darf jetzt keine hohen Haare haben. Also ein bisschen erhöhte Haare. Dann passt er ja schon nicht mal rein. Oder sagen wir mal so ein Star Wars Helm. Passt auch nicht mal nicht mehr. Warum möchte ich den gerade so parat? Ähm, ja. Aber ich finde, hier mit den Seitenteilen ist es wirkt schön. Mir gefällt der. Ja, also für 15 Euro Sale ist das für mich eine Kaufempfehlung. Ein kleines Modell ist mal zuerst da und dann halt bauen. Macht doch Spaß. Das hebt sich auch schon wieder ab. Weil es nicht gut sitzt. Ich finde nur eine Überlegung, dass sie oben drauf noch drucken. Vor allem, dass hier runde Cockpits sind. Ich habe gar kein Beispiel. Also wie hier. So damals, sie druckt das bitte. Das drucken. Ähm. Ja, ansonsten die drei Drücke, dann bin ich zufrieden. Äh, ja. Das ist ein schönes Modell. Also mir gefällt es. Mir gefällt die auch noch ein Stückchen besser als die alten. Die alten haben natürlich so ein Schade, dass die so klein knuffliger sind. Die sind jetzt schon mehr wirklich Modellautos. Und mir gefallen. Gefallen sie. Ähm. Ja. Schreibt mal eure Meinung zum Zeitpunkt in die Kommentare. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und ein Abo, wenn ihr mehr sehen wollt. Nächstes Video wird die Beleuchtung ab jetzt heißen. Weil es schon dunkel draußen. Und daher. Nja. Die Beleuchtung kommt hier nicht ganz. So richtig. Das Ausleuchtung. Weil die eine Lampekamera, ach die eine Lampe heller ist als die andere. Ist das hier dunkel und hier hell. Bisschen blöd. Ja. Nächstes Video schauen wir uns den Torscheiger Square an. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Baut schon weiter. Bleibt zu Hause. Und bis dahin. Ciao. Bis zum nächsten Mal.